Hallo liebe Leute und herzlich Willkommen zum täglichen Coin-Trend. Ja, an alle die christlich sind oder zumindest Weihnachten feiern, wünsche ich frohe Weihnachten. Alle die eine andere Religion haben, muss ich jetzt leider sagen, ich weiß nicht, ob ihr da was feiert oder nicht. Ich hoffe ihr habt zumindest frei oder so. Also, was auch immer ihr macht, ich wünsche euch eine erholsame Zeit. Ich weiß vom Weihnachten mit Familien, dass das nicht immer so erholsam ist. Und deswegen wollen wir uns natürlich ruhige und erholsame Sachen angucken, wie zum Beispiel den Bitcoin-Kurs. Der ist ja so, ja, da kann man sich immer so entspannen, so wenig wie der sich bewegt. Und genau da wollen wir heute mal reingucken. Angefangen mit dem 4-Stunden-Chart. Seht ihr jetzt hier, da hat man ja den wirklichen Tiefpunkt, sind wieder hochgeschossen. Das hatten wir uns ja schon angeguckt. Und haben jetzt auch die Trendlinie, die wir uns gestern angeguckt haben, getroffen. Da gehen wir doch nochmal in den 1-Stunden, da sieht man das ein bisschen besser. Genau hier sieht man das schön. Jetzt müssen wir die Trendlinie ein paar Millimeter höher packen. Sehen wir hier, weil es einen Millimeter drüber gegangen ist. Und von da aber aus wieder nach unten. Seht ihr hier, jetzt ging es recht schnell nach unten. Bin mal gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Weil, ja, bis jetzt ist es noch eine sehr kurze Schulter, wie wir uns das gestern angeguckt haben. Gehen wir hier mal wieder in den 4-Stunden-Chart. Und ihr seht es ja an der linken Seite, da hatten wir, ja, das ist doch ein bisschen größer über mehrere Tage. Hier jetzt gerade noch nicht so. Da bin ich mal gespannt, ob das wieder, ja, ob das Ganze noch kommt. Möglich wäre nochmal eine Berührung der Linie. Oder, was ich eigentlich eher erwartet habe, wäre eine Spiegelung von dem Ganzen hier drüben. Was jetzt auch recht interessant ist, was man sich mal angucken kann. Wir haben ja hier Schulter 1. Hier oben haben wir den Kopf. Und dann sieht man ja auch diese Support-Linie im Kopf, sagen wir es mal so. Hier oben sehen wir, das war Widerstand. Dann haben wir hier das als Support gehabt. Und hier auch wieder als Support gehabt. Und jetzt sehen wir dann an der Stelle, war das der Widerstand für die Bewegung nach oben. Ist ein, ja, 1-2 Millimeter drunter geblieben. 30 Dollar hier in dem Fall. Und von da aus wieder nach unten gegangen. Auch übereinstimmend hier halt mit dieser Trendlinie. Und kam dann wieder runter. Und jetzt haben wir einen Punkt, wenn man hier drüben guckt, finde ich gerade ganz spannend. Das habe ich so nicht antizipiert. Aber hier sieht man das schön. Da hat man einen wirklich starken Ausbrecher nach unten hin. Haben den hier hingesetzt. Und genau auf der gleichen Höhe haben wir gerade unseren, ja, kleinen Absturz sozusagen beendet. Ich bin gespannt, ob es jetzt hier wirklich auch aufhört. Weil ich mir vorstellen kann, jetzt müssen wir mal in die Daten hier gucken, dass da eigentlich nochmal eine kleine Bewegung kommt. Wie gesagt, dass wir hier das wirklich auf der kleinen Abrutsche auf der gleichen Höhe haben. Und dann nochmal eine Bewegung hinkommt. Aber es wird langsam gefährlich, muss ich so sagen. So wie es jetzt ist. Ich habe es ein bisschen langsamer erwartet. Aber wie fast immer geht es dem Bitcoin deutlich schneller. Und würden dann, wenn wir das Ganze vervollständigen, ob wir das jetzt hier direkt machen. Ob wir das zum Beispiel so machen. Oder auch mit einer höheren Variante hier so hin. Dann, ja, sieht es ein bisschen, ich will nicht sagen düster aus. Aber dann könnte es gefährlich werden. Weil wir dann uns recht stark nach unten bewegen können. Was man hier dann auch, diese Linie, die ihr hier seht, das ist unsere parabolische Kurve, die untere. Das heißt, die würde auch auf uns drauf zukommen. Und wir sehen das hier, Fibonacci-Level auch auf der Höhe von der Linie ungefähr. Das ist mir gerade aufgefallen. Das ist ja sehr, ja, passt gut zusammen. Das heißt, es wäre sogar recht gut möglich, hier einen Treffer zu erzielen. Dass man hier sowohl beide trifft und das gleiche hätte man dann hier drüben noch als Support-Level. Das heißt, das wäre noch eine Sache, die dafür sprechen würde. Aber da muss ich, oder ich, da müssen wir erst darauf warten, ob die Formation sich hier jetzt schon vervollständigt. Und dann könnte es doch nochmal schnell hier nach unten gehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn wir mal in die höheren Zeiträume gucken. Hier im einmonatigen haben wir jetzt natürlich einen sehr, sehr großen Chart. Aber was hier auch wichtig ist, wenn man sich nämlich mal die Bänder anguckt, wenn ich jetzt hier das normale Bollinger-Band anmache, dann seht ihr, das Ganze ist hier unten. Und der Kurs ist aktuell hier oben. Ja, da sind wir ein deutliches Stück drüber. 10.000 ist, ne, sogar weniger, 9.700 ist das Band aktuell. Und wir stehen da ganz weit oben. Das ist natürlich schon eine ordentliche Ansage. Da sind wir deutlich drüber. Und müssen dann auch, wir haben ja schon, das war ja, das habe ich ja vor, das muss jetzt schon eine Woche her sein, da habe ich euch ja gesagt. Wir sind so weit drüber, dass wir eine starke Bewegung runter machen müssen, um zumindest kurzzeitig ins Band zu kommen. Das haben wir schon erledigt. Meistens ist es dann so, dass es in den nächsten Monat übergeht, dass das Band überzogen ist und dann einen roten Monat zeichnet. Und nach unten kommt. Um jetzt hier gleich euch die Angst zu nehmen. Wichtige Linie ist hier diese grüne Linie. Und die liegt aktuell bei 6.300 im monatlichen Chart. Das heißt, solange wir über dieser Linie, also nicht unter dieser Linie schließen, das heißt, entweder zum 31.12. oder zum, wie viele Tage auch immer der Januar hat, der hat auch 31.01. Dürften wir nicht hier drunter schließen, unter dem grünen. Das würde dann darauf hindeuten, dass wir einen Aufwärtstrend, den langfristigen Aufwärtstrend verlassen haben. Das wäre natürlich überhaupt nicht gut. Aber alles, was da drüber ist, alles, was wir da drüber schließen, ist immer noch im langfristigen Aufwärtstrend drinnen. Auch wenn wir bei 7.000 hier zum Beispiel schließen. 7.200 ist ja auch ein mögliches Ziel. Auch wenn wir da schließen, sind wir immer noch im langfristigen Aufwärtstrend. Da brauchen wir uns also keine Sorgen zu machen. Und wenn man mal anguckt, dann nehme ich mal den Pinsel wieder. Wenn man mal anguckt, hier sind wir zum Beispiel mal kurz drunter. Hier haben wir den ungefähr berührt, sind aber knapp drüber geblieben. Aber wir sind dem immer dann wieder nahe gekommen. Hier, hier. Das heißt, auch ein Nahekommen dieser Linie, in diesem Fall bei irgendwo 7.200 möglich oder 8.300, da sind wir ja sogar noch weit weg, ist vollkommen realistisch und auch kein Problem für den Aufwärtstrend. Also Januar ist immer Bärenmonat. Ich habe in den verschiedenen Jahren auch mal geguckt, da gab es einen, der keiner war. Und genau auf das müssen wir jetzt auch uns wieder einstellen, wie wir es schon lange erwartet haben. Und auf jeden Fall mal hier so die unteren Zahlen könnten wir zumindest kurzzeitig sehen. Da bin ich mal gespannt, wie dann auch der Markt reagiert. Da werden ja einige Panik haben, gerade die Leute, die bei 16.000, 17.000, 18.000, 19.000 gekauft haben. Da kannst du natürlich zu einer recht starken Bewegung kommen. Was aber auch wichtig ist, um das Gesamtbild zu verstehen. Und das ist ja eine ganz alte Zeichnung von mir. Wir haben diese richtig großen Volumina. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Hier oben, hier seht ihr das. Und jetzt sind wir hier gerade mal so ein bisschen über dem Durchschnitt, jetzt eigentlich so über die Monate ziemlich gleichbleibend. Das ist kein Anzeichen vom Volumen her, dass wir hier irgendwo einen Wendepunkt haben von unserem Aufwärtstrend. Wie man hier sieht, ist das Volumen die ganze Zeit im Durchschnitt runtergegangen. Das deutet eher darauf hin, dass wir bald wieder richtige Volumina hinbekommen. Nämlich so, dass dann hier wirkliche Spitzen dran sind. Vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen übertrieben gezeichnet. Aber vielleicht so, dass man hier wirklich richtige Volumina mal reinbekommt, die dann extreme Veränderungen im Kurs machen. Weil hier, wenn ihr euch auch die Kerze mal anguckt oder hier die Kerzen, das haben wir ja an der Stelle noch gar nicht. Also da sind sie ja wirklich klitzeklitzekleine in dem Vergleich. Und erst wenn diese Kerzen kommen, dann gehen wir dem Ende entgegen. Wir wollen uns ein paar andere Coins noch angucken, weil sie sich eigentlich gut entwickelt haben. Und wir hatten die, ich habe extra nachgeguckt, am 15.12., das ist neun Tage her. Da habe ich euch ja meine drei kleinen, ich nenne sie mal drei kleinen Schweinchen jetzt. So drei kleine Coins, die, wo ich gesagt habe, so mittel- bis langfristig ganz gut. Jetzt haben sie einfach mal gesagt, okay, wir machen aus mittel- und langfristig, die machen wir jetzt einfach mal kurzfristig. Und da haben wir zum einen Siacoin als erstes. Jetzt muss ich gucken, der 15. war noch im unter 100-Bereich. Deswegen müssen wir das mal kurz multiplizieren. Und zwar der 15. war hier drüben. Da standen wir noch bei 60 Satoshi ungefähr. Und wenn man jetzt mal, ich muss mich sogar raus scrollen, guckt, jetzt auf den aktuellen Stand, haben wir hier 200% innerhalb von neun Tagen. Vielleicht sind es weniger, weil ich jetzt zu weit gezeichnet habe. Naja, acht Tage und ein paar Stunden. Da ging es also schon ordentlich nach oben. Und das sind alles, das ist auch, auch bei diesen Coinen sind das nur Andeutungen von dem, was in einer richtigen Altcoin-Saison passiert. Das, was ihr hier seht, da werdet ihr dann drüber lachen, wenn die Altcoin-Saison wirklich losgeht. Aber Siacoin hat auf jeden Fall sehr stark zugelegt. Und man muss jetzt auch gucken, wir schauen mal in die größeren Zeiträume, da sehen wir das ein bisschen besser. Ja, am Tagesschart sind wir jetzt hier auch schon ziemlich weit oben im RSI. Das heißt, hier könnte es auch erstmal zu, ja, einem kleinen Abwärtstrend führen. Das würde zumindest ganz gut passen, wenn Bitcoin sich jetzt stärker bewegt, egal in welche Richtung, dann werden die Altcoins ja wahrscheinlich bluten und dann würde das hier gerade bei dem Coin zusammenpassen. Und ich denke mal, wenn wir uns die anderen angucken, wird das so ähnlich sein. Wir haben auch ein Wiener Standslevel in dem Bereich, wo wir gerade sind, bei 191 hier. Und ansonsten, das nächste Level wäre erst bei 280. Und da lässt uns zumindest der RSI im Moment nicht hin. Das müsste dann über mehrere Tage passieren. Digibyte haben wir dann. Hier müssen wir nach dem 15. mal gucken. Hier drüben, da sind es aktuell 335 Prozent auch heute geschuldet, weil John McAfee, ja, das auf seinem Twitter-Account empfohlen hat. Und wann das war, könnt ihr hier sehen, an dieser Kerze. Da ging es dann, ja, recht schnell nach oben. Aber nichtsdestotrotz auch so in einer sehr guten Aufwärtsbewegung gewesen. Auch hier wollen wir mal in die größeren Zeiträume gucken. Auch hier ist der RSI komplett überkauft aktuell. Ähnliches Bild wie bei SIA Coin. Wir haben auch den Widerstand erreicht bei 570 ist das hier ungefähr. Nächster wäre 800. Und, ja, und was dann in der Altcoin-Saison passiert, das seht ihr hier drüben. Da können dann mal kurz Nachrichten kommen und dann geht es so nach oben wie verrückt. Und Doge haben wir noch als letzten, auch mit 10 multipliziert, weil der ja noch im unter 100-Bereich liegt. Und den 15. haben wir hier. Gucken jetzt 120% bis zum aktuellen Punkt. Hat ja auch ordentlich die Spitzen hingelegt. Einmal hier einen starken Sprung gemacht. Und hier drüben wieder einen starken Sprung gemacht. Und hat er jetzt versucht, nochmal das Allzeithoch zu brechen. Kam da aber wieder ein Stück herunter. Gleiches Spiel. Gucken in den Tageschart. Auch hier stark überkauft. Kommt jetzt langsam wieder in den normalen Bereich zurück. Ja, wird es natürlich interessant, wo das Ganze dann schließt. Und sieht hier auch erstmal so aus, als ob wir da sehr wahrscheinlich die Spitze gesehen haben. Wir haben Widerstandslinie aktuell, passt auch bei 517 sind das hier. Also 51, 52. Wie gesagt, das ist mit 10 multipliziert, damit wir uns angucken können. Dann den nächsten Bereich hätten wir bei 62. Das ist immer noch ein bisschen entfernt. Und hier drüben seht ihr dann wieder, was in der Altcoin-Saison passiert. Da sind nämlich solche Kerzen dann drinne. Und ähnliches Spiel, wie wir jetzt auch sehen, könnte man ja hier vergleichen. Aufwärtsbewegung, dann eine Zeit lang abwärts. Dann kam das Ganze in drei Wellen. Da habt ihr da sozusagen einen kleinen Ausblick, wie es zum Beispiel laufen könnte. Annahme wäre dann, dass wir uns hier aktuell befinden. Und dann jetzt den Zyklus wieder von vorne durchleben an der Stelle. Ja, das soll es von mir heute gewesen sein, vom täglichen Cointrend. Ich wünsche euch, wie gesagt, schöne Feiertage. Und ich habe keinen Plan, wie die nächsten Tage Videos kommen werden. Ich sage einfach bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017